Einströmt die Energie der Wirklichkeit, getragen von Smarana, getragen von Liebe und Achtsamkeit. Diese Energie hüllt dich ein und lädt dich ein, dich heute fallen zu lassen, dich jetzt in diesem Moment einfach einmal hinzugeben und loszulassen von allem, was das Kollektiv dir auferlegt hat. Gerade jetzt ist die Zeit, ist deine Zeit der Stille. Denn in dieser Stille, in der inneren Einkehr, wirst du Kraft finden und wirst dich neu ausrichten. Und so bitte ich jetzt um die Energien aus Gottes Gedankenfeld, welche in dir das lösen, was du noch an alten Angststrukturen trägst. Und wenn du bereit bist, dann öffne nun dein Herz und lade diese Energien ein. Sie strömen voller Kraft zu dir. Sie strömen in goldenen Wellen in dein System, wenn du es erlaubst. Und ich werde nun beginnen mit einer Grundreinigung in deiner Aura. Und so fließt die reinigende Energie von oben nach unten durch dich hindurch. Es geschieht mit Hilfe von Erzengel Michael. Und es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Und es geschieht mit Hilfe von Erzengel Michael. Lasse diese Reinigung geschehen. Denn sie bereitet dich darauf vor, auf die Heilung in deinen Zellkernen. Denn ganz tief in dein Unterbewusstsein wird die heilende Energie aus Gottes Gedankenfeld für dich wirken. Und nun fließt diese Energie zu dir. Es haben sich die Engel der Heilung versammelt. Sie stehen an deiner Seite und sie legen jetzt ihre Hände auf dein Herz und auf deinen Bauch. Erlaube den Energien, dich dort zu berühren, wo deine unbekannte Angst sitzt. Rufe deinen inneren Heiler herbei und bitte ihn, die Engel der Heilung zu unterstützen. Du spürst, wie die Energien sich bewegen in deinem Körper. Lass es zu und lasse dich fallen. Du spürst, wie die Energien in deinen Zellen das lösen, was dort von deinem Unterbewusstsein schon lange an Angst eingelagert wurde. Lasse los von alten Mustern und lasse die Heilung geschehen. Versuche nicht festzuhalten an alten Dingen. Denn all das hindert dich, möglicherweise frei, 100% frei von Angst zu werden. Und so suchen sich die Energien ihren Weg. Sie fließen überall dorthin, wo es gut und richtig für dich ist. Und so suchen sich nicht festzuhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 So wurde gelöst, was jetzt in diesem Moment gelöst werden kann. Und an all diese Stellen, wo etwas aufgelöst wurde, fließt nun das Licht der Liebe zu dir. Es ist das Licht der Liebe, welches dich streichelt, welches dich ausfüllt und deine Strahlkraft erhöht. Es ist das Licht der Liebe, welches deine göttliche Flamme berührt. Lasse dich nun tragen von diesem Licht der Liebe, denn das ist es, was dich stark machen wird. Das ist es, was dich trägt und komplett aus dem Kollektiv austreten lassen wird. So genieße nun diese Energie. So genieße nun die Licht der Liebe. So genieße nun das Licht der Liebe, welches dich ausfüllt und die Lichter Flamme, welches dich in die Nacht. Und das ist das Licht der Lichter Flamme. So genieße nun die Lichter Flamme. So genieße nun die Lichter Flamme. Amen. Und wenn du nun fühlst, dass aus deinem Herzen eine goldene Sonne entstanden ist, wenn du fühlst, wie Frieden dich umgibt, dann ist alles gut. Die Energien werden dich begleiten, sie werden ihren Platz suchen in deinem System und dich weiterhin heilen. Wiederhole diese Meditation, wenn es dir möglich ist, um immer tiefer in deinem Bewusstsein zu wirken. Und dann komme in deiner persönlichen Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Untertitelung des ZDF, 2020